Joao Leute, ich bin's Vito. Wie ihr seht, habe ich hier ein Paktchen bekommen von Talia. Mal schauen, was drin ist. Machen wir es mal zusammen aus. Schauen wir mal rein. Ganz viele Werbungen. Diesmal Trachtnige sind wichtig. Hier haben wir noch einmal von Du gelassen, Gutsinn, 10%. Und dann noch Talia Streis. Okay. Und natürlich das Wichtigste. Indiana Zones. Das komplette Abenteuer. Machen wir jetzt mal schnell auf. So. Witziger Wald. So. Schauen wir mal rein. Wir haben hier 5 Cetis. Und in neuen Zustand. Jo. Das war's. Ich hoffe es hat euch gefallen. Schauen wir mal ein Like und abonnieren. Nicht vergessen. Bis dann. Ich hoffe es geht dann mit einem Beànhren. Achst euch. Achst euch.